Na du? Oh süßi Hey, warte, heute mal etwas anderes Kleines Video Von meiner süßen Maus hier Die ihr wahrscheinlich schon mal das ein oder andere mal gesehen habt Ja Da ist sie, live Na Da bellen die Hunde Na, der hat keinen Bock Und hier ist der andere Der andere Vogel Der Findus Ja, so heißt du Du bist lieb Du bist ein lieber Cutter Weiß ich, ob man das hört, aber diese Schnorren Du bist süß Den süßen Cutter Lecker, 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 lecker Wollt ihr lecker? Ihr lecker, lecker Lecker, lecker Warte Oh, ihr Süßis Von mir kriegt lecker So Ihr beiden süßen Lecker, 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 lecker Und hier Oh, wie plüschig der ist hier Plüsch Ich bin sehr plüsch So viel Plüschigkeit Wie auch so flaschig Da, du kriegst noch einen Da Du da hinten Kriegst natürlich auch noch eins So, und letztes Bei der roten Hier bei der roten Habe ich beigebracht Also wenn sie fertig ist Kann ich euch vielleicht mal zeigen Dass ich ihr ein Zeichen gebe Mein Cutter klappt das noch nicht Das ist meine Hand So Wenn ich es so mache Ist leer Dann weiß sie Was leer ist Schnurrt ihr auch nicht mehr Ne? Jo Ihr Süßen Ja Ihr geht Erstmal stricken Und du Was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Spielen wir die? Oh Da kommt der auch noch Guck mal Manchmal Du siehst der da so drunter Vorführeffekt Ne? Komm Hol den Stock Irgendwie Vorführeffekt Ne? Der Stock ist schon ein bisschen Kaputt gefräsen Ein bisschen Angeknabbert Ach Ich weiß vergesse Sag ich das mal hier mit Katze Jo Letzte Zeit kamen so wenig Videos Weil mir einfach die Zeit gefehlt hat Welche zu produzieren Weil das Wetter ist einfach geil Und dann möchte ich einfach nicht In der Bude hocken Gab es halt wenig Videos Ich guck dass ich das geregelt kriege Die nächste Zeit wieder Und dann Ja Lasst euch überraschen was das gibt Hi Süßer Na du Es geht Es geht Jo Die sind so lieb die beiden Ne? Das Flausch Ist angefühlt Süßi So flauschig die beiden Ciao 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 ciao